So Leute, weiter geht's. Folge 7. Jetzt. Plan, Haus, Bau, weiter. Also, ja. 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 Lass mal pennen gehen. Die letzte Folge gibt es mal Teile auf dem Channel. Also Folge 6. Folge 6. Das ist gerade Folge 7, die wir aufnehmen. Also Folge 3, Folge 6 gibt es auf jeden Fall auf meinem Kanal. Jan hat es mal wieder nicht geschafft. Auf jeden Fall nicht schlimm. Auf jeden Fall nicht schlimm. Das stinken Explosionscreeper. Könnte gefährlich werden. Was ist denn dein Exklusiv? Werkt du dafür noch mit einem Exklusiv? Mann, das sagt Schweimix. Ich dachte gerade, wenn der mir Schreiben gemacht hätte, wäre ich ausgerastet. Ey, der hat doch einen Helm, oder? Was? Das heißt, Explosionscreeper überhaupt. Das heißt, Creeper plus Trimax nennt den immer Explosionscreeper. Ah ja. Ey, Jan, hast du schon mal unsere Schweinefahnen gesehen? Nein. Du möchtest auch nicht sehen, weil sie so kacke ist. Das kann nicht mit denen enden. Kannst du die hier auf jeden Fall reinziehen. Kannst du mal an die mit Kartoffeln oder Karotten, aber verwende keine Karotten erstmal dafür, weil wir keine mehr haben. Weil wir keine haben, glaube ich. Ich hab mich jetzt aufgenommen. Warte mal, ich guck, guck. Oh ja, jetzt hab ich aufgenommen. Eine wird einfach kurz noch. Bio, Freunde. Da sind wir wieder. Bei der siebten Folge. Die sechste hab ich leider wieder gemacht. Shame on me. Wo ist das? Ey. Shame on you. Die gibt's natürlich wieder bei TikTok, ne? Ja, moin, moin, moin. Ich bin's wieder. Ich bin's, Tim. Digga. Ach, das ist ne Workbench, Digga. Absolut lost. Oh, ihre, ihre. Was darf das so wieder? Boah, Digga, ich crafte mir ein bisschen Holz. Boah. Ich crafte mir Fierstang so. Ich habe Biocure jetzt gemacht. Ja. Ah, ja. Boah. Weise. Ja, meine Zeit. Ich weiß, ich weiß, ja. Haben wir noch Sand? Ich habe keinen Bock, mir eine Schaufel zu craften, also. Ah, aber was geht ab? Was ist das, was ich im Moment hab? Stein. Ja. Ach, Stein. Das ist aus dem Ofen. Als wenn man da draus keine... Oh, Alter. Schwäger. Du kannst ja auch... Willst du den Boden ausfüllen? Nee. Ich will hier ein bisschen erniedrigen, damit ich Sand habe. Also... Halbe Insel erstmal. Ey, 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 ey. Was ne Kriege? Ey, 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 ey. Morgen früh? Nein. Morgen früh? Morgen früh? Morgen früh? Morgen früh? Nein. Wie viele Stunden Schlaf hast du immer? Kommt drauf an, der Montes springt weniger, wenn es Montes nicht geht mehr. Montes springt gefühlt je Tag. Nein, jeden zweiten. Wie viele Zuschauer hat der macht? Ähm, 29.000, 30.000. Auch Tötsch oder Tötsch? Ja, Tötsch. Wenn der Casino stimmt, dann ähm, dann wird sie weg. Was streamt der gerade? Casino? Nee. Nee. Geht er gleich noch ins Casino? Oder wenn der Casino stimmt, dann gehe ich auch. Dann bin ich erst mal ein paar Stunden weg. Ich habe mir deinen letzten Casino stream angeschaut, äh, äh, angeschaut in GTA. Superbar. Ja, du machst immer Plus und Minus, Alter. Also du machst nie Minusgefühl. Selbst in dem Stream hast du aber, äh, äh, plus 80k gemacht. Kausst erstmal ein Bild im Casino und hast du noch 30k und hast alles wieder verzockt. Ja. So. Vier von diesen Scheiß-Siegel für die erste Etage. Kann man Leute umbringen und man bekommt das Geld dann? Nein. Beziehungsweise auf der Straße, ja, aber da kriegst du dann mal so 16 Dollar oder so. Ach so. Ja, ich dachte, wenn man mit Bargeld rumläuft, weil das war in GTA Minecraft so. Dann hat man immer das komplette Geld gehabt, wenn er nicht auf der Bank war. Ich wollte mir ein Haus für 30k kaufen, das war mein ganzes Geld, was ich da hatte. Ich werde in dem Moment, wo ich's kaufen möchte, geholt, Digga. Äh, wie, meinst du, äh, wie geht die auf, meinst du? Ja, das geht. Wo das denn? Äh, das hat, Epic, äh, Epic. Boah, Digga, wie, Epic, Digga, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der YouTuber. Epics, ach, Epics, Dani, jetzt weiß ich's wieder. Digga, hast du auch früher mal Epic Stun und Let's Feel geguckt? Äh, meins. Dr. Benex? Benx meins, ja. Ja, Mann. Der macht, ähm, voll komischen Content. Ja, ich... Lach den Vlog. Der macht den auch immer noch, ne? Er ist wie Spark, doch Spark ist geil. Seit fünf, seit 50 Jahren macht er das, äh, seit fünf Jahren macht er das. Aber es bringt... Vor allem, er hat in der Zeit halt gefühlt null Abos plus gemacht. Hat immer noch 1,1 Millionen oder so, glaub ich. Ja, aber damals hat er auch schon so viel. Ja, aber damals hat er auch schon so viel. Auf jeden Fall. Ja. Du bist auch ein sehr guter Helfer. Ich hab jetzt gedacht, du meinst das ernst. Äh. Äh. Nein. Ach, Digga. Schweren kennt mich da eher weniger. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Ja. Ich fühl sie schon gut an. Also von einer Stahle hat man 1 gegeben und auf irgendwas kann man 1 geben. Ich hab nie mein Handyton an. Von Jamie darf am Tag 6 Stunden zocken und wenn er die aufgebraucht hat, ähm, geht sein Internet aus. Ach Gott. Nur weil er da irgendwie fest zu spät gekommen ist? Nein. Schon immer. 6 Stunden ist aber eigentlich... Wenig. In China gehst du dann Allzucht. Ja. Ja. Und nach China. Ja. Ja. Deutschland gehst du schon nach einer Stunde. Jetzt auch die Jan. Ach so. Spaß. Ich weiß hier auf jeden Fall nicht, aber ich glaube in Deutschland sind 6 Stunden auf jeden Fall dabei. Ich hab einfach so viel ich möchte. Haha. Wie sie klett. Ja, why not. Ne? Ich könnte jetzt triggern, aber das mach ich nicht. Du weißt einfach, was triggern heißt, also dann sag mich, hast du mich triggern sonst. Ey Jan, soll ich dich mal triggern? Ja. Was ist einfach so heiß? Nö. Ne, die Leute nicht. Anscheinend nicht. Ich könnte gerne mal in die Kommentare schreiben, was das heißt. Auf Ehre. Alter, ne. Äh, ja. Die nächste Folge ist eigentlich auch schon rum, glaube ich. Ja, ich will nur in den Boden auf. Okay, er macht das hin. Hoffentlich nehme ich dir denn auf, ne? Wenn du dir jetzt nie aufgenommen hast. Ich hab noch keine Vergangenheit. Dann gibt's die nächste Folge auch noch ein Teil auf dem Channel. Ah, ja. Ey Jan, komm mal zu mir. Ach egal. Mach ich nächste Folge. Boah, ich nehm höchstens jetzt noch eine Folge auf. Ich dachte, du wolltest den Film gucken. Ja, deswegen ja. Lego Movie. Hä, komm komm der erst. Der ist schon lange im Gange. Läuft. Ohne Probleme haben wir, würde ich sagen. Ich muss mal so Holzkohle auch da. Ich mach ein bisschen Holzkohle. Lass mal gut schlafen. Ja, wo werden wir denn rein auf, dann können wir das beenden. So, jo, dann beende ich die jetzt, ne? Ja. Ciao, ciao. Haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.